die Erkundung Heuer und Samen Können aber auch selber machen aber wir denken wie das so chemisch poperteia und pervers um ja meine Fresse Gimilz Halt die Fresse Ah hier liegen so noch ein paar von deinen Sachen nimm die mal mit Nö bin schon zweimal abgeschmiert was für ein Geil Ja, nichts fällt, nur ein bisschen Bambus. Oh, Junge, mich hit die Spinne. Oh, ich meine Augen. Hilfe. Hier, fast die Spinne. Gimmst du auch? Ja, klar. Für eine Frage. Oh ja. Egal. Oh ja, egal. Ja, ich hab vier Samen auf dem Weg jetzt mal kurz mitgenommen. Ach, halt die Frösse. Was denn jetzt wieder? Leon hat sich stummgeschaltet. Nee. Sag mal, Racer, du bist ja nicht der König, oder so? Die Stadt doch wohl mein eigenes Bett. Ja, 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 aber warte, halt mal an. Wir bauen ja noch ein Haus. Das bringt jetzt nicht viel, wenn du dir jetzt hier so ein fettes Bett hinbaust. Oh, komm, jetzt hab ich wenigstens noch das Dach so schön gemacht. Ja, ja, ja. Was denn? Was geht mit dir? Ey, mit dir, ja, ja, mei. Hebt der mein Zeug auf. Ach, äh, ist jetzt eh scheißegal. Ja, das ist, äh, let's play to get her. To go, bar. Ach, nee. To go, bar. Ach so, hier, Fans, ganz meinetwegen, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ich hätte jetzt nicht wirklich viel gerade tun können, und ich kann mir nur wieder neue Sachen craften. Ich hab noch ein paar von dir. Jo, das ist gut. Oh, ich hab auch noch was übrig geblieben. Hätte ich ja nicht gedacht. Ähm, ich brauch' noch mal einer. Hast du schon ein bisschen obsidian oder noch gar nichts? Nö, ich hab' viel Laune. Ach so, du machst es jetzt so okay. Das wust ich ja nicht. Ja, ich hab' jetzt kein was für einmal dabei. Ach so, dann, dann, dann ist das nicht Hailey. Das ist doch Hailey hier drin. Lebt euch mein Bett. Hm, nop. Mh ich bin dabei Gute Nacht meine liebe Tochter Gute Nacht Oma Ich bin nicht die Oma Jetzt wird nicht frech zu deinem Sohn Boah man Seinem Stiefsohn Ich will nicht dein Sohn sein Das wäre ekelhaft Du bist nicht männlich Ich mein menschlich Du bist nicht männlich Du bist nicht männlich Ich wollte menschlich sein Ja du bist auch nicht von dieser Welt Ach komm halt die Klappe da unten hier Komm ich da runter Oh ich hab ne Idee der Ja hier wird's gar nicht sehen Na Scherbrett 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 Uncreeper Ich glaub ich muss man den Crazy ein bisschen anzünden Lass die Ruhe weg mit deinem Feuerzeug Was denn Ah hallo Creeper Hier ein bisschen Feuer Der Creeper brennt Vorsicht der Creeper brennt Jetzt hau doch mal ab Achso ich folgte nicht das Oh bist du blöd du kannst doch keinen Creeper anziehen Das ist doch schön Was machst du da Ich guck dir zu Ich hab mir einen Stuhl gemacht Juhu zwei Gunpowder Also das ist irgendwie der einfachste Weg Einen Creeper zu Schlachten Obsidian Oh ja Gibt's auch einen Stuhl Kannst du auch Kannst du auch einen Leon beim Obsidian abbauen zu Gucken Äh ja auch gleich Ich glaub so spannend Ja ne total Da 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 Irgendwie Joa ne Haben wir Eisen Aber auch nur zwei Ja Ne ein Scherer Schere 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 suche ich nämlich Muss die Schere drin Ich hab so einen Trocken Nils 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 Deswegen Triple покind Null Ich h cells AME Rocket Die Werbung Volt Na Theme apo ja schnell fleisch holen und so so dann haben wir das auch schon mal verließ weil ich damit aber was machen will nur so mal ausgefahren ich weiß jetzt sowohl ich nehme euch Vielen Dank. Nein, meine Freundin. Du hattest nur ein paar in deiner Truhe. Joa. Ich hab hier nur was ausprobiert, also... Ach was. Kann man irgendwas noch mitmachen? Ähm... Ja, wie sieht's mit dem Portal... Also wie viel Obsidian haben wir? Äh, keine Ahnung. Ich hab ein bisschen in den Truhe gelebt und ich hab gleich 6. Ach, das sieht ja auch lustig aus hier. Oh, das sieht ja auch lustig aus. Ja, eigentlich... Was heißt lustig? Das ist eigentlich Hayley. Das kann auch noch weiter zu. Da muss ja aber noch ein Holz hin. Ja, aber... Ach so, alles zu. Ah, okay. Ne, eins kann offen bleiben. Nein. Scheiße, jetzt hab ich keine Erde mehr. Warte mal, ich hab Erde. Mach mal das Loch dazu, das eine. Ach so. Das da. Das da, okay. Das da, okay. Wo habt ihr das Gunpowder gelagert? In Wertvoller, hä? Äh, ja. Ach so, okay, ja. Ich seh's. So, äh... Ich weiß, es hört sich ein bisschen sinnlos an, aber sollte ich ein bisschen Charcoal machen? Nein. Wieso? Wieso? Ich weiß ja nicht. Vielleicht kann man es auch mal brauchen. Obwohl wir haben eigentlich... Wie für Kohle haben wir... Charcoal habe ich eigentlich noch nie wirklich benutzt. Das ist aber... Also ich finde Charcoal echt gut. Ist genau so eine ganz normale Kohle. Tja, siehste. Charcoal ist auch nicht schlecht. Wir haben jetzt 61 Kohle, normale. Ach, der Komisch. Stimmt, habt ihr recht? Wir brauchen schon über den Charcoal. Ähm... Ich finde hier nicht mehr raus. Ja, ich könnte den Sand noch mal ein bisschen... Ich finde hier nicht mehr raus. ...in den Ofen schieben. Schieb die ein. Ja, ich schieb mir Sand in den Ofen. Frag nicht was ich hier mache. Ich hab keine Ahnung. Was machst du da? Keine Ahnung. Ich hab das doch extra gemacht damit mal rausgucken können. Egal. Mach was du denkst. Ja, ich weiß, es macht keinen Sinn. Weiß ich hier gerade. Wieso? Das ist mir egal, wenn's am Ende gut aussieht. So, jetzt haben wir elf Obsidianen. Wo ist die ganze Kohle hin? Ich glaub wir brauchen zwölf Obsidianen, oder? Wieso packst du die ganze Kohle in einen Ofen? Ist doch ein bisschen dumm, oder? Was denn? Lass mich das mal meine Sache sein. Toll. Oh, hast Gold gefunden. Wunderbar. Ja, ach. Was, ja, ach. Und? Hab Pläne damit, mein Digger. Ja, wir haben jetzt aber zwei... Nein, haben wir doch nicht. Na gut, dann geh ich noch ein bisschen aufs Hacken. Es war nur ein Versuch, also um mir was mal anzugucken, weil... ...für die Zukunft unseres Hausbaus. Aha. Äh, ja. Hm? Ja. Hm? Ich bin mit Jörg. eh? Nein,enein,enein,nein! Äh... Es ist ja irgendwie so ein bisschen ruhig hier. Wieso, ich glaube doch ein bisschen viel, oder? Aber irgendwie generell, wir labern irgendwie nur los. Entweder labern wir scheiß oder gar nicht. Scheiß labern, habe ich gehört, soll eigentlich gut sein. Oh Mann, muss es jetzt unbedingt dunkel werden, wenn ich jetzt Holzhack abhacken will? Holzhack. Ja, das muss es noch tun. Holz abhacken, Holzhack. Ja, Holzhacken, Kacke, Hacke. Danke. Kacchonk. Ich glaube, ich merke gerade, dass ich irgendwie gerade nicht so die Ahnung habe, was ich hier mache. Aber naja. Ein Pavillon. Ja. Sozusagen, ja. Hm. Und dann kann man hier irgendwo unser Haus hinbauen und dann kann das zum Garten gehören. So gesehen, also. Also wir haben zwei Stacks, wo es sagt, wir langsam anfangen Häuser zu bauen, oder? Äh, hm. Der ist in die Hülle. Ja, das stimmt. Ich werde mal Essensvorräte holen.